So, Blase entleert und so weiter. Ich will ja keine Einzelheiten nennen. Und hier ist er ja wieder. Wir haben ja gesagt, wir nehmen mehrere Parts auf. Oh, ist gleich besser. Merkt man. Einmal die Kobra gewürgt, ist es eigentlich okay. Ah, nein. Echt, manchmal bist du echt dümmer als auch wie es. Dankeschön. Das ist echt schwer. Alter. Nein, nein, nein. Ich drehe dir den Hals um. Ich bin ja nicht hier, um vorzubereiten, sondern um ihn zu unterstützen. Unterstützen, ja. Du unterstützt mich sehr gut. Du machst mich fertig, ja. Guck mal, ich kann Eisenzeugs machen. Oh, Eisen. Aber nein. Verschwendung, ne? Verschwendung. Genau, das ist noch zu früh. Ihr habt das Eisen noch nicht gesehen. Das ist eine Einbildung gewesen. Wir waren alle auf Drogen und... Ihr habt zu viel Milch getrunken. Genau. Ihr habt das noch nicht gesehen. Ihr könnt das gar nicht sehen. Ihr seht das nicht. Ihr habt das Eisen nicht gesehen. Dieses Eisen, was ich in meinem Inventar ganz oben in der Ecke habe. Habt ihr nicht gesehen? Ich weiß nicht, wie ich diese riesen Bäume abfällen soll. Mit Feuer. Fällen. Nicht brennen. Timbermott. Yeah. Ich mein, Tim kann nur gut sein. Ha. Ja, Tim. Aber wir wollten ein Thema ansprechen. Thema. Ein Thema, was sehr männlich ist, besonders im fortgeschriebenen Alter. Plüschtiere. Plüschtiere. Also mein, wir haben hier ein paar stehen. Nämlich meinen Yoshi. Und meinen weiblichen Angry Bird in Rot. Ja. Hat man gehört, glaub ich. Also mehr muss ich nicht sagen. Hattet ihr Kuscheltiere als ich klein war? Oder immer noch. Oder immer noch. Oder Statussymbole oder sonst was. Schreibt einfach als Comment rein, was ihr hattet. Oder habt. Oder so. Also ich mein, ich bin zwar 15, aber ich hab immer noch ein paar. Aber die sind geschenkt gewesen von meiner Freundin. Also die darf ich... Du hast ne Freundin, Alter? Du bist doch ein Gamer. Ja, also... Das geht nicht. Ja. Das passt nicht. Du bist schwul. Ey, da oben liegt Holz. Ja? Wolltest du was sagen? Ich hab's vergessen. Irgendwas mit RTL, Aure. RTL? Ach ja, RTL sagen ja... Gamer-Witze. Gamer-Witze. Da war RTL ja schon immer gut mit rein, ne? Ah, 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 ah. Können wir RTL lästern, aber das... Nee, das ist zu niveaulos für uns. Selbst für mich ist das zu niveaulos, also so. Das ist echt schwer. Ja. Dieses Niveau denn zu halten auch noch? Also, das ist ja wirklich... Das ist ja unterm Tisch, ja? Ja, dann müsste ich mich mit dem Mikrofon unter den Tisch setzen. Denn hätte ich RTL-Niveau. Aber, naja, wir sind ja hier bei... Bei meinen Let's Plays, ja? Die sind so niveauvoll. Ja, wir reden über Plüschtiere. Sind wir nicht asozial? Wie kein anderes... Ja. Asi-TV. Und da drauf ein. Das könnte echt zum Running Gag in deinem Let's Plays hören. Was? Der Angry Birds. Der scheiß Angry Birds da. Der ist nicht scheiße, ja? Ich sag zu allem scheiß, was existiert. Also, scheiß Display, scheiß Mikro. Scheiß Tim. Ja. Scheiß Fan. Tja, da fühlt sich verletzt, was? Ja. Das ist echt nicht nett. Du bist nicht nett. Ich weiß, ich weiß. Oh, Alter, ich hab schon wieder keinen Bock dieses Haus. Weil du eigentlich jetzt die ganze Zeit nur Holz abbauen und was in dein Haus investieren, ne? Wie seh ich so aus? Ein bisschen. Siehste? Da hast du deine Antwort. Ich mach ein bisschen Innenausstattung, ja? Ich finde, du sollst jetzt mal ein bisschen Glas machen. Glas? Ja, du hast noch Sand. Mach rein. Ich hab doch gar keinen Sand. Hä? Du hast ja auch kein Eisen, ne? Hä? Achso, ich wollt grad sagen, das brennt nicht, aber es brennt, ja. Ach, die Milch, die Milch. Nein, das war das hier in dem Texture Pack nicht so. Samen. Oh. Nein. Groß Fleisch. Ihr seht das Eisen hier nicht. Das ist eine optische Täuschung, ja? Ich hab gar keinen Eisen gesehen, also. Welches Eisen denn? Du redest von Eisen? Eisen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Jawohl, ich hab mir Klamotten genäht. Paul wird zum Cowboy. Zum Straßenpenner. Das ist ein Cowboy, ja. Oh, ey, ich bin Chinese. Guck mal. Hehe. Alter, bist du ein Rassist nur wegen dem Bart, oder was? Guck dir den doch mal an. Also so sieht Paul übrigens auch im Reelof aus. Ja, ich hab auch ne Glatze. Der ist vorm Mann da. Vorhin war ja noch so ein Adonis mit braunen Haaren, anstatt blond. Adonis. Jetzt ist er hier so ein Chinese. Ja, ich bin jetzt Schlitz. Ich bin Schlitz. Ey, hüpfe ich nicht ein bisschen falsch? Wie leckt das? Das leckt. Das leckt. Du leckst. Ah. Aber nicht an die Rappen. Aua, scheiße. Wir sind schon wieder so niveauvoll, da kann sich RTL noch ne Scheibe abschneiden. Oh, ja. Meine Milch ist leider alle sonst... Hä, wieso, wieso leckt es denn? Ich guck mal nach den Frames. 18? Alter! Stimmt, weil der ja schon den ganzen Tag im Betrieb ist hier. Nein! Der hat sonst immer 90. Ich zock ja mit sauguten... Warum? Alter, es kann doch nicht sein, bloß weil jetzt hier mal Tim sitzt. Ja, ist alles meine Schuld. Ach du, du, ähm... Was? Rannst doch gerade. Ach so, ja. Ich schneid gerade die Folge zusammen, die wir gemacht haben. Hast doch ein Gedächtnis, Mensch. Wie ein Goldfisch. Du siehst ja, du vergisst es. Das war scheiße. Ist wirklich so, Goldfische? Ja. Wir haben kurz das Gedächtnis. Cool, du auch. Ja? Du. Was? Und Minecraft hier hab ich ja mal ne Let's Play Welt ange... Äh, let's... Ach, Quatsch. Let's Show. Let's Show Welt angekündigt. Ja, und die hab ich schon bearbeitet. Also, die ist jetzt wirklich in Arbeit. Oh. Ähm, ich durfte schon mal reinschauen. Ja. Das ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Wir haben doch abgemacht. Du sagst die Scheiße, damit sich den Scheiß keiner anguckt, ja. Halte ich an den Vertrag. Tür zu. Das kann ich echt nicht machen. Was? Das kann ich echt nicht machen. Warum? Ich bin raus. Ciao. Nein, Mann. Ey, ey, komm's ruhig. So, Entschuldigung. Du kriegst hier Vollverpflegung, ja? Reg dich nicht auf. Du darfst auch nicht im Vorgarten pennen. Sobald ich ein Frühstück kriege, bin ich gesund. Und? Haha, du bist ja gesund. Es ist spät. Bin ich glücklich. Es ist früh. Nicht spät. Ja, lief's. Ich mach hier so eine schöne Glasframme. Warum hast du denn dieses Glasmod-Scheißding drin? Welches Glasmod? Ja, dass die sich so verbinden. Wie verbinden? Siehst du das nicht? Wieso, das ist vom Texture Pack aus so. Ja, das hab ich ausgestellt. Wie? Wie kann man sowas ausstellen? Wo hast du es ausgestellt? Das kann man beim Patchen ausstellen. Ja. Kannst nach dem Parten. Ich will das aber nicht ausstellen. Nicht. Mann, mit wie viel Frames hab ich denn hier rum? 12. Warte mal, hab ich die 128er Version drinne? Oder die 256er Version? Das ist doch fix nach, Mann. Ja, warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Aufnahmepause. Aufnahmepause vorbei. Aufnahmepause vorbei. Hör mich in die Runde. Hoffentlich fang ich nämlich auf. Dich fängt keiner auf. Oh ja, ich werd mir ein bisschen in eine Richtung machen. Scheiß drauf, ich hab noch nicht mal irgendwas anderes, aber ich mach erstmal in eine Richtung. Das ist jetzt... Oh, er braucht unbedingt einen Tisch. Ja, und Stühle. Und Zäune und so. Mann, wieso schaffe ich es nicht? Weil du blöd bist. Das war ein Milchröps. Man hat's nicht gehört, ja, also ich bin stolz drauf. Warte mal, jetzt will ich mal... Ist ja jetzt scheiße wegen dem Update, ne? Mit dem, dass die Drecksdinger sich jetzt auch umdrehen können, ne? Ja. So mach ich so eine lange Lounge. 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 Okay, dann mach ich so einen langen Tisch. Warte, stopp, da muss was in die Ecke. Sonst schaff ich's nachher immer nicht. Oh, jetzt sieht anders aus. Was ist das denn? Ha! Schönereser, Typ. Nein, ein anderer, das ist ein anderer, das ist ein Schönling. Der sieht so aus wie ich. Ein Hüpfling. Ein Adonis. Du brauchst ein Bett, fährt man drauf. Nee. Siehst du hier irgendwo Schafe? Nein, also. Sei nicht immer so negativ. Siehst du hier irgendwo Schafe? War das Positiver? Boah. Nee. Oh, Hauptsache ich hab hier so eine Sitzecke. Also echt. Sieht echt nicht so gut aus. Echt, sieht gar nicht einmal so sch... Sieht gar nicht einmal gut aus. Nee, nee, aber... Für dich ist es okay. Ich mein, was will man von dir erwarten? Ich glaub, es leckt weniger. Nein. Anstatt 18... 16. 19. Nein, oh Mann, Alter, ich komm hier nicht klar. Ah! Ich such jetzt Schafe. Ja, in der Nacht. In der Nacht, ja, da sieht man die am besten. Ja, klar. Wer hat sich denn vorhin bei einer Kuh erschreckt, ja? Die leuchten so schön, ne? Die sind so schön neonfraben. Die sind, die sind wirklich hell. Ich kann's dir nachher mal zeigen. Ne Höhle! Aber ich hab keinen Fakten. Das ist ja zwei. Das ist keine Höhle, wenn du die Monster nicht anhast. Das ist so langweilig. Mal gucken. Ich bin ja auch in die Grube reingegangen ohne Monster, ja? Ohne Fiecherie-Zeugs, ja? Ach ja, Fiecherie-Zeugs. Fiecherie-Zeugs. Das ist ja wohl der epische Spruch oder Wort oder so. Der Wort. Der Wort, was es gibt. Der Gerät, Mann. Der, der Wort, was es da, was das gibt. So, wo sind deine Schafen? Ja, ich suche. Boah, deine Schafen. Deine Schäfchen. Ich hab meine Schäfchen im Trocknen. Ha. Da vorne sieht's da Wüste aus. Ja, das ist bestimmt. Ja, vorhin, weil ich auf der Karte gucken kann und da Wüste anfängt. Mal sehen, ob wir ein Dorf finden. Wenn wir ein Dorf finden, dann baue ich mein Haus um. Ja, das Haus, das brauchen wir so nicht, ob du da gebaut hast. Das ist cool. Das beugt dir. Laber nicht. Das beugt dir in zwei Minuten. Nein. Ey, ich hab dafür nen ganzen Part gebraucht. Zwei, fast. Eineinhalb Parts hab ich dafür gebraucht, ja. Also sag mal nichts. Du kannst eigentlich nichts sagen. Das ist so episch. Nein. Ich weiß gar nicht, was wir hier machen. Waren wir jetzt die Wüsten-Safari? Eigentlich suchen wir nach Schafen. Wüsten-Safari. Stopp. Das, den geht. Das muss man machen, ne? Und los. Hui. Hä? Hat er das gefixt, oder was? Nein. Ah. Geil. Äh. Das ist episch. Ja, will wir noch mehr so ne Dinger sehen? Ey. Ich hasse euch alle. Alter. Was denn? Du hast ne Fans. Nein, ich hasse dich. Ich bin sein zweiter Abonnent im Übrigen. Nein, bist du nicht. Sein zweiter. Ja, na gut. Ey, hab ich Langeweile, warum renne ich überhaupt in die Wüste? Wir waren auf Suche nach Schafen, das weiß ich. Ja, Schafe, ich war auf der Suche nach dem Dorf. Du. Ja, ich. Erst waren ja Schafe, aber dann hab ich mir gedacht, Dorf. Also ich glaube, es liegt an mir, dass wir so unproduktiv in diesem Part sind. Ja, ich glaube auch, du. Du gibst dir keine... Was ich da, Schafe? Ne, Sand. Äh, Kaktos. Ja, renn gegen. Ah, Adrenalinkick. Ich hab die Steuerung nicht im Griff. Ist der, aber der Schlafmangel ist das, der Schlafmangel. Ich hab die Steuerung so nicht im Griff, wie du dein Leben, ja? Ha! Da war Bambus. Du bist Bambus. Und stolz drauf. Ja. Ja. Du wirst in China gefressen. Ja, vom Pandas. Vom Pandaren. Von Pandan. Vom Pandaren aus WoW. Ja, okay, okay, okay. WoW ist geil. Ja, ich... Ich mein's nicht. Ich könnte ja mal... Alter, ich hab die Dings gezockt. Äh, die Bonusversion, wollte ich gerade sagen. In der Testversion. Äh, weil du zu V bist ja zu kaufen. Ja, ich hab keinen Bock, was im Monat zu bezahlen, wenn ich's eh bloß ein paar Stunden spiel im Monat. Dann musst du dir Guild Wars holen. Guild Wars? Nee, nee. Das hat keine Monatskosten. Ich weiß. Also, Entschuldigung, keine Werbung. Keine Werbung. Ich kenn Guild Wars, ja. Keine Werbung. Ja, wenn ich jetzt nach Minecraft, ja. In Minecraft Let's Play ist es denn Werbung? Bei der Ebenschaft? Nein, das war eine Co. Wenn du das weißes. Du bist weiß. Und du bist schwarz, oder was? Nein. Ich bin auch weiß. Du bist geil. Rassist. Wollte ich dir nur mal so sagen. Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich... Können wir nicht so eine Folge OMB aufnehmen? Umgehe. Aufmacht. Ja. Du findest ja erstmal ein paar Schafe. Hier sind keine Schafe. Dann such. Oder mach Monster an. Ja, nee. Ich will nicht Monster. Monster sind gefährlich. Losi. Losi. Scheiß, Kerl. Nein, ich will ja hier keinen beleidigen. Nicht, dass YouTube mal ein Video auf 18 stellt. Nur mich, ne? Du bist zensiert. Gut. Immer so ein Piepton-Hintergrund, ne? Wies. Dann hatten wir noch nicht ganz einfaches. Wies. Immer wenn ich rede, im Piepton. Ja, vor allem. Ich quatsch mit dir gleichzeitig. Ja, rede mit dem Piepton. hat er gesagt nein ich glaube ich mache ein schwertchen und kämpfe ein bisschen gegen monstern aber bei der framerate also er kann ja schon so nicht spielen aber damit das liegt am das liegt am rendern ich glaube das ist gleich vorbei also das rendern nicht das legen oder das legen oder das werden schwert ja schwert aus stein normal oder easy normal mann nicht gut friedlich ich spiel bloß auf der ist halt englisch nein ich will nicht englisch die kugeln nein die sehen die sehen verschieden aus ja ich weiß die creeper sehen auch alle und der blau davon ja das ist aber vom textjapx gibt doch grüne rote gibt es auch gelbe die roten sind cool aus mal sehen ob er kommt auch geh weg jetzt raus sind ich über die klippe rüber der ist nicht so blöd wie du haha er ist ein grüner haha hinter mir steht doch gleich was das ist gut dass man die karte sieht dann kann man irgendwie eingelissen werden ja haha habe ich einen schlauen nein nein du bist dumm der hat der kuh damage gemacht unmöglich sowas die endermans guck ihn an ich klatsch ihn um nein ich will nicht die zweiten da haben ja am tag sind ja friedlich ne doch wo sind wir hinter steht hinter baum wetten wetten pädophiler scheiße ja ich guck doch auf die karte guck doch da ist er jetzt ist er weg er hat sich geportet er stand im baum da vorne war da vorne da ja und das andere hallo wie viel ja komm ja ey guckst du den an ja ich will den schlachten hey du viele hey hey kinderschöner alter ich bin gleich down gerade gesagt down heißt also nicht tot ich muss rohes fleisch essen er ist männlich und frisst rotfleisch obwohl ich kohle habe im ofen ein echter mann in Notsituationen ja der grills sieht man doch frisst an eigenen schuhe wenn es nötig ist naja solange das geld bringt hä verarschen ich bin die voll komisch die fücher die ende hins da spinne hey spinnst du der war so niveaulos scheiße du bist scheiße hat treffer die freilich richtig ja glaube ich dir beim gaming laptop der ein achsenbuch hat hier war doch noch eine spinne die hier nicht unter der erde unter der erde unter der erde wenn ich dazu sagt dann ist dazu du hast recht mein lord ja weiß ich doch ein großer fall die lp naja wie konnte ich die nur widerstrecken widerstrecken widerstrichst mir schon wieder aber ich werde das mal ein bisschen brutzel brutzeln rotzler von wiesenhof so ein steak jetzt um zwei viertel drei hätte ich noch irgendwie irgendwie so ein bisschen man verspürt den hunger auch wenn ich eigentlich veganer bin ja du bist gar kein veganer quatsch dich rum man ich esse nichts was einen schatten wirft also auch kein gemüse du nimmst bakterien die können mit guter soße lecker schmecken äh du bist echt blöd alter warte mal in der ach ne ist ja quatsch da vorne müsste der creeper sitzen weil ich jetzt richtig geguckt habe müsste der hier gleich irgendwo unter der erde der ist irgendwo eine höhle von der ich nicht weiß alter in das art ich nach über den richtigen kampf aus ich weiß gar nicht wie es nachher in omd aussehen soll ich habe hier heimvorteil ja folgend du bist ja nicht so der strategie typ also habe ich ja das sagen ja ich hab dich spielen sehen wer weiß denn dass ich nicht wir sagten dass ich nicht besser bin ich weiß nicht hast du es eigentlich erwähnt was ich war ja der spender ja habe ich doch gesagt du sagst ein fan ja ein fan bist du doch oder nicht wer sich egal ich habe mir das gekauft spammt ihn auf dings zu auf auf dings auf facebook nein auf steam da heißt der doktor punkt oggelbecher schreibe ich als comment so als habe ich dein ganzes leben versaut na ja weil ich in steam zugespampt werde weil blockieren ja so schwer ist ja blockieren da bist du zu faul so das weiß ich jetzt hättest du mich schon 50 mal blockiert ich kann ich nicht blockieren doch kannst du das willst du willst nicht ich meine die ich meine die bin die pro reichen galileo ausschnitte ausschnitte meine fresse du darfst hier nichts sagen ja ich verwandle alles um hier sind keine schafe ja da sind keine schafe die sind nicht mal vier oh cool ja die scheiße ich bin mit halt ich fress nein nein wir nehmen noch nicht mal über 20 minuten ah die klappe 21 minuten passen immer okay bevor wir uns jetzt hier weiter angiften und irgendwann noch übers mikro her fallen ja giften wir uns lieber ein orx must die an denn das wird ein battle ja also wir sehen uns gleich in orx must die also bis zum nächsten part tschüss warte was denn ich bin ja nicht dabei im nächsten part warum nicht achso im nächsten part ist ja nicht mit bei aber wir sehen uns in orx must die Ja, damit ist es. Ja. Ciao. Okay, ciao.